Ich heiße Andreas Nölke und arbeite bei der Firma Pieperholz als Baggerfahrer von einem Sennebogen 735E GED-Bagger. Der Sennebogen-Bagger ist qualitativ hochwertig, robust und durch den Elektroantrieb sehr laufruhig. Er macht rundherum Spaß, weil er leistungsfähig ist. Der elektrifizierte Antrieb bringt die Vorteile. Der Bagger erreicht viel schneller die Höchstgeschwindigkeit, er ist durchzugsstärker. Wir fahren viel im Anhängerbetrieb, da fällt das Mehrgewicht von 30 Tonnen beim Anhängerbetrieb gegenüber dem Hydrostat nicht auf. Die Steigung bei vollbeladenem Anhänger und Greifer fahren wir mit 80 Tonnen Gesamtgewicht, ungefähr 12 Prozent Steigung hoch und der Bagger meistert das ohne Probleme. Ich war früher im Tiefbau, da war Wind und Wetter schlimmer. Hier habe ich eine klimatisierte Kabine. Die Energieersparnis gegenüber einem hydraulisch angetriebenen Bagger ist ungefähr ein Drittel. Das heißt, wir bewegen uns bei 8 Liter Dieselersparnis pro Stunde. Wir tun, was ist aktiv für den Umweltschutz. Die CO2-Bilanz ist dementsprechend geringer. Die Ladekapazität beträgt hierbei 3 Quadratmeter im Greifer. Und der Anhänger ist damals so gebaut worden für uns, dass wir 3 Greifer auf den Anhänger laden können. Und somit erreichen wir 12 Quadratmeter Holz bei einer Fuhre. Landschaftlich ist es hier sehr schön. Im Land der Tausendberge rundherum grüne Fichtenwälder, wovon wir auch das Holz beziehen. Und zwischen dem vielen Grün ist ein grüner Senneboden.